Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen spontanen Video. Wie ihr hier schon seht, ich habe gerade einfach eine ganz normale Arena-Runde gespielt und da wurde ich von einem extrem krassen Spieler gekillt und bin dann in die Wiederholung gegangen, weil ich mich gefragt habe, hm, wer war das denn? Weil das kann eigentlich kein Glück gewesen sein. Ich habe gar nicht gemerkt, wie schnell er war. Also ich habe ihn eigentlich keine Sekunde gesehen und dann ist mir aufgefallen, hm, ist Malibuka. Ich war etwas irritiert, muss ich sagen, und ich habe halt einfach gespielt und wurde extrem von ihm gekillt. Wenn man jetzt hier nochmal sehen kann, ich gehe mal kurz auf den Kill, lasse ich mal laufen. Da killt er einen. Dann komme ich. Er kommt da runter, zack. Und da sieht man Jan Lootner. Also ich wurde gerade von ihm gekillt und ja, das war eigentlich nur das Einzige, was ich hier kurz sagen wollte. Und ja, das ist irgendwie... Ich weiß auch, ich habe wirklich keine Ahnung, wie das sein kann. So. Der hat sich dann auch auf jeden Fall eingebaut, irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Und bis dahin habe ich leider weiterhin habe ich die Wiederholung nicht. Da hat sich irgendwie eingebaut und hat dann nichts mehr gemacht. Ich weiß, ich weiß also wirklich Malibuka, auch wenn du mich nicht verstehst, wenn du das Video siehst. Ich fordere dich heraus. Ja, eigentlich das war es. Spontanes Video, wie gesagt, das ist immer so gerade nicht so, wie wir sagen dürfen. Wie noch auch etwa immer noch etwas überrascht. Ähm, naja. Ich weiß auch nicht, wie der mir auf 5200 Punkten, die ich jetzt habe, begegnen kann. Aber, äh, naja, das war's. Ich würde sagen, ciao bis zum nächsten Mal. Lassen aber dann ein Like direkt, die Videokonien, keine Videos mehr zu verpassen. Schaut bei Malibuka vorbei, auch wenn ihr jetzt meinen Shoutout jetzt nicht so braucht. Und, äh, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Chris Chris Untertitelung. BR 2018